Egal, wie kann man so krass sein? Nice, ey! Let's go! Ballon! Ballon! Mach es! Ballon! Abrama! Ach, ich geh gerade an deine Oma! Wo ist denn der? Nein! Oh mein! Was denn einer? Oh! Minis! Ich glaube da ist Katsu gefahren Araber, Digga! Digga, what? Begunker 30 100 Was geht hier ab? Nimm den Spielplatz! Nice! Minis! Gut! Wir checken ja gar nichts! Wir checken es nicht! Alles Gute kommt von oben! Alles Gute kommt von oben! Wir checken ja gar nichts! Oh ja, er sucht nicht! Oh, der ist über uns! Oh, der ist über uns! Nice! Nice! 60 Metz! Nice! 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 10 20! Dead RPG! Oh nein! Ballon! Ballon! Mach es! Ballon! Ballon! Es ist fertig! Es ist fertig! Alles Gute kommt von oben! Wir sind nicht! Wir machen nicht! fortunate! So hoch baixo,! So hoch, ne? Unten jetzt die Zamtplabine! Da! Dappelabine! Dada! Dada! 3, 2, 1! 1, go! 1, 2! 1, 2! 1, go! Oh ja Je nehm'a! onen minis 80 die schießt mit der waffe 140 ich wollte das laufen sehen das ist wirklich schon 23 und 20 kills haben wir das anlöcchen ticktok tennys mein sohn Nice. Digga du bist doch krass. Wow. Ist komplett drinne. Digga was. Hast du Hilfe? Ne. Aber er macht mir so viel damage aussieht nichts. Da hab ich. Ja. An war die alle. 168, 190. Unlucky. Oh der hat ja noch F***. Ja ich komme. Stell dich mal. Digga hier. Hier stelle ich mir hier auf den Floor. Und dann guck mal da hin. Digga hier hin du dumm Krapf. Oh du bist halt bei mir unsichtbar was soll ich machen. Du bist so dumm. Digga als ob ich davon sterbe. Du bist ja komplett dämlich. Scheiße. Hä? Du bist auch noch so. Er hat 3 gezählt. Und ich hatte 4. Ah 108 tried und er ist nicht tot oder was? Aber das ist ja nicht. Oh jetzt der Tod oder wenn was. Das war ja spaßig für ihn Mein Gott Alles Dinger Ja, das ist ein A-Shot Die Stringen Egal, wie kann man so krass sein. Okay. Geweils ein Solo. Ne, doch nicht. Ein Duo noch. Ein Duo, ein Solo. Der ist ein Duo. 500 Hauptgifts. Wenn du das schokst. Scheiße. Schick ich Tyson in den Club. Schick ich mir Tyson. Was macht der denn jetzt hier irgendwie geil an? Sag ich die Chumper ab, das ist alles voll. Wenn die Triple Edit Clips, dann ein Duo-Uter ist mit dir. Und ein P, der steigt um einen Millimeter. Das ist schon genug als mehr. Heißt, dann ist er verdoppelt, Digga. Der Sound von der Thumb fackt mich aber ab. Oh ja. Oh mein Gott, ich habe ein Tripp-Head, ein Tripp-Head. Wow! Tyson, du siehst das? Tasty, das ist das. Was ist das, man? Möster. Digga, so krass. Digga, so krass. Was ist... Was ist das? Du siehst das erstmal. Das ist das ein Trafer. Du siehst das. Blob-Led kicked raus. Und das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020